Herzlich willkommen zu unserem Sommerspezial des Rote Rosen Podcast. Mein Name ist Kim-Sara Brands. Ich habe hier die Jule Jansen aus der ersten Staffel der Roten Rosen gespielt. Ich darf euch durch die Folgen führen, die sechs Spezialfolgen für diesen Sommer. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast auf meiner Couch. Auf dem roten Sofa. Hadi Krüger ist bei mir zu Gast. Wir wollen über sein bewegtes Leben als Fernsehstar sprechen. Und Hadi, wir steigen gleich mal ein mit einem Song. Ja. Hören wir mal kurz rein. Ach, du lieber Gott. Woran musst du denken, wenn du diesen Song hörst? Wenn ich diesen Song höre, natürlich ein Gegen den Wind und eine meiner peinlichsten Situationen ever. Muss ich kurz erzählen. Und zwar, das ist ja eigentlich ein Song von The Beach Boys. Und wir hatten eine Szene gehabt, wo Sven Westerwald, den ich ja gespielt habe, und Nick zusammen einen Surf-Contest starten. Und die haben natürlich auch die Band eingeladen, die dann auch tatsächlich dann irgendwie, also Smokey hat das dann gesungen. Und Smokey hat da so zugesagt, dass sie kommen. Und wir hatten eine Riesenbühne aufgebaut, die kamen auch. Und wir hatten, glaube ich, 500 Komparsen oder so. Und Sven geht ja auf die Bühne, um diesen Contest zu eröffnen und so. Und sagt, hey, alles willkommen und alle schreien und super und klasse und so. Und hier, The Beach Boys und so. Und gehe runter und alle so, yeah, yeah, yeah. Und alle fangen an zu spielen, so. Und ich guckte so, die sind aber unentspannt, die Jungs, ne. Und dann die Regieassistente meinte so, okay, alles klar, Punkt, Cut, wir machen das nochmal. Sag ich mir, okay, alles klar. Die ganze Szene startet wieder von vorne. Ich sag, ja, und hier, The Beach Boys und so. Und alle klatschen wieder und ich gehe wieder runter. Und sie so, hey, sag mal, spinnst du? Das sind doch nicht The Beach Boys, das ist Smokey. Sag ich mir, ach so, jetzt ist mir klar, warum die so böse geguckt haben. Und die dachten natürlich am Anfang, ich mache einen Scherz. Weil die gehen natürlich immer mit. Bei diesen Schauspielern weiß man ja nie. Nee, das ist ja klar, weil das halt einfach ein Beach Boys Song ist, ja, und so. Und das war halt einfach so peinlich. Oh, Mann. I'm sorry, guys, if you hear this. Ich glaube, Sie werden es dir verzeihen. Sie haben es dir bereits verzeihen. Ich glaube, einer ist ja sogar schon gestorben, glaube ich. Der Liedsänger von Smokey, ist der nicht gestorben? Oder einer von den Smokeys ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ja, Gott hab ihn selig. Ja. Aber es war ja eine ganz besondere Rolle für dich in Gegen den Wind. Die hat dich ja in der Fernsehlandschaft sehr berühmt gemacht. Ja, es war wie so, du spielst in einer Boyband mit so ein bisschen. So hat sich das angefühlt? So hat sich das angefühlt, weil von jetzt auf gleich… Hattest du ein Rockstar-Legend. War das einfach so, ja, auch für diesen Ort war das natürlich irre. Weil da sind eigentlich nur so deutsche Urlauber hingefahren, die seit 15 Jahren da hinfahren. Und dann hatten sie halt immer die Kinder mitgenommen und die haben sich tierisch gelangweilt, weil die nicht wussten, dass sie, oh, jetzt bin wir wieder an den Strand, ist aber so kalt und so. Und dann irgendwie war da einfach mal richtig was los. Und dann wollten die gar nicht mehr weg, die ganzen Kids und so. Und das war natürlich für den Ort toll, weil wir hatten halt wirklich so einen Serientourismus. Und das war natürlich für uns auch etwas merkwürdig, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben. Und wir wussten auch anfangs gar nicht, wie wir da wirklich mit umgehen sollen, weil wir mussten auf einmal absperren und wir mussten uns irgendwie verstecken und wir konnten nirgendwo hingehen oder keine Pizza essen gehen und so. Ja, 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 weil das einfach, wir wurden richtig belagert irgendwie so. Und du persönlich? Ich meine, dein Leben wird sich ja auch krass verändert haben dadurch. Wie hat sich das auf dich persönlich ausgewirkt? Also bei mir war das eigentlich ganz okay, weil ich dann doch einfach durch meine Familie und ich hatte dann, ist Leon gerade auf die Welt gekommen und der war so ein Jahr alt. Und das erdet natürlich dann schon. Also da bist du natürlich, wenn du vom Strand kommst und dann von diesen ganzen Menschenmassen da abgehauen bist irgendwie und deine damalige Frau dann irgendwie die Nacht durchgemacht hat, weil der Kleine dann irgendwie gezahnt hat oder so. Und dann kriegst du gleich das schreiende Baby in den Arm gedrückt. Dann ist dann irgendwie Star-Lyon schon mal wieder vorbei. Dann heißt es hier, das harte Leben ruft. Ich glaube, das können sich viele unserer Zuhörer binden vor allem auch. Ja, ja, klar. Aber, ne, also das hat, es ist ja immer so die Frage, was du für ein persönliches Umfeld hast. Also, ob du halt irgendwie so nur in der Branche unterwegs bist oder ob du eben irgendwie eine Familie hast, die dich halt einfach irgendwo so beschlagnahmt und du halt einfach dein Papa bist oder dann einfach, ja. Ich stelle mir das aber schwierig vor, wenn du dann auf einmal so ein krasses Medieninteresse an dich, auf dich gezogen hast. Aber deine Papa-Rolle, ich meine, das ist ja auch etwas, was ein einschneidender Moment im Leben ist. Das ist ja … Ja, was hat dich mehr überfordert? Erstmal Papa sein oder dann einfach dann irgendwie so Schauspieler? Ja, also das war's. Also, ich bin wahnsinnig gerne Papa, obwohl ich natürlich heute durch diesen Beruf und durch natürlich die Distanzen, die wir halt einfach nur mal haben in der Familie, die ganze Familie ist komplett zerstreut irgendwo in verschiedenen Orten und Ländern, ist es halt ein bisschen schwierig, dann einfach auch für jeden da zu sein. Und das funktioniert natürlich in so einer Patchwork-Film-Familie einfach nicht immer. Und also, es ist halt immer ein Spagat und irgendeiner muss natürlich dann irgendwie immer den Kürzeren ziehen. Das ist natürlich irgendwie doof. Aber zu der Zeit war es natürlich toll und ich bin dann komplett in meiner Papa-Rolle auch wirklich sehr aufgegangen. Also, das hat mich dann einfach auf andere Gedanken gebracht und so. Das hat dich so ein bisschen von diesem ganzen Medienrummel dann wahrscheinlich. Ja, also ich meine, ich habe das natürlich, vorher war ich ja schon in Serien drin, also Sylte-Geschichten und dann diese Familiengeschichte, die wir in Bremen da gemacht haben, nicht von schlechten Eltern damals. Die war ja auch sehr erfolgreich mit Tina Ruhlern, Patrick Bach und noch anderen. Also, ich kannte das ja schon und ich bin ja mehr oder weniger auch damit groß geworden. Also, ich kannte natürlich diese Öffentlichkeit natürlich durch meinen Vater eben auch schon. Also, als Kind verstehst du das natürlich nicht, weil dann denkst du irgendwie … Du wirst da so reingewachsen irgendwie, ne? Das war für dich Normalität auch irgendwie, oder? Ja, also ich habe mir natürlich als Kind immer gedacht, mein Gott kennt meinen Vater überall Menschen, ne? Ja. Der hat viele Freunde. Ja. Aber natürlich mit dem Alter hast du natürlich dann schon mitbekommen, woran es liegt und so. Aber man wächst halt so in diese Verantwortung, sage ich mal, auch rein, die du dann einfach hast, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Und du kannst halt viele Dinge nicht machen, die andere einfach machen können. Ja. Und das wird dir dann auch klar, was natürlich manchmal echt doof ist, weil du denkst ja, ja, manchmal möchtest du einfach auch mal einen tierischen Mist bauen und nicht gleich dafür … Und nicht das alles mitkriegen direkt. Ja, genau, sondern einfach, who cares, genau. Wenn das jetzt irgendwie ein Meierhuber, der da schreit kein, krägt kein Hahn danach und der Krüger, hast du das gesehen? Absolut. Und dann haben sie wieder alle Gesprächsdorf. Ganz schlimm. So ist es doch. Und dann fühlst du dich wieder sofort irgendwie schuldig, so irgendwie so, ich habe doch gar nichts gemacht. Und war dann, weil du sagst, du hast das durch deinen Vater schon so mitbekommen, dein Weg so dadurch ein bisschen vorbestimmt, weil du hast ja auch erstmal eine Ausbildung zum Koch gemacht. Ja, richtig. Also, du hast ja erstmal versucht, einen anderen Weg zu gehen. Einen anständigen Job. Ach so, mach da was Richtiges, Junge. Also, wie kam es dazu, dass du erstmal eine Ausbildung zum Koch gemacht hast? Das kam eigentlich, also ich habe mit acht, glaube ich, das erste große Theaterstück gespielt und bin ja auf den Sets meines Vaters groß geworden und für mich war das irgendwie so einfach, ich wollte auch so einfach so einfach mitspielen, so. Und ich hatte natürlich auch tolle Vorbilder, also die gibt es ja heute, die meisten sind ja schon tot. Aber war dein Vater auch so ein Vorbild? Ja, ja, natürlich. Also, der konnte halt auch einen Cowboy spielen und konnte natürlich auch der Held sein und so. Und dann dachte ich mir, ja, hey, mein Superman, ich will auch Superman sein und so. Und das ist natürlich kein Vergleich zu dem, wie heute der Beruf aussieht. Also, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Aber ich bin da reingeboren worden, aber mir war natürlich auch klar, es war für mich immer ein Bedürfnis zu spielen, aber ich habe gedacht, das wird einfach, das war mir schon bewusst, dass es natürlich nicht einfach wird. Und ich wollte es eigentlich gar nicht, ich wollte es gar nicht beruflich machen eigentlich. Das war eigentlich Zufall. Ich bin nach New York geflogen, um meinen Freund zu besuchen. Und als ich in New York war, habe ich mir gedacht, ich muss unbedingt in dieses HP-Studio, wo sie alle waren. Ja, Bank Street. Da waren sie alle, Robert De Niro und Merle Monroe und Jimmy Dean und alle, wie sie da heißen, die waren alle in dem HP-Studio. Ute Hagen, da habe ich gedacht, da muss ich mal hin. Und das war natürlich eine riesengroße Chance und da hatte ich dann eben auch einen Choreografen kennengelernt, Lester Wilson. Lester Wilson hat mir gesagt, ich glaube, ich muss mal mit dir reden. Und er hat gesagt, da war nämlich gefragt, warum willst du das denn, warum willst du das jetzt nicht als Beruf machen? Und er hat gesagt, nee, weißt du, ich weiß nicht und so. Und er hat gesagt, okay, es gibt zwei Gründe. Entweder du bist faul oder du hast einen berühmten Vater. Da habe ich gesagt, zweites. Und er hat gesagt, okay, ich muss mit dir reden, wir sehen uns heute Abend beim Essen. Und er hat gesagt, du hast wirklich Talent und wenn du das jetzt nicht für dich einfach mal ausprobierst, dann wirst du natürlich dein Leben lang immer mit diesem Gedanken rumlaufen, hätte ich das doch mal probiert. Und da ich in Amerika war und mich da auch keine Sau kennt, war das natürlich cool, weil ich konnte da machen, was ich will und es war einfach egal. Es hat mich interessiert. Und dann habe ich in Santa Monica Studios Geld verdient, in den Studios als Kaffeeholer, als Go4, und habe dann studiert in Los Angeles und bin dann in den 90ern, in 91 bin ich dann nach Deutschland und dann ging es los. Aber jeder sagte so, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wir wussten ja gar nicht, dass es auch jetzt einen Junior gibt. Und deswegen kam das Junior eigentlich überhaupt zustande, weil wir wurden halt oftmals so gebucht und dann kam aber manchmal der Falsche. Ist das passiert? Ja, es ist passiert, dass mein Vater Bücher signiert hatte nach einer Lesung und dann kam eine ältere Dame auf ihn zu und hat ihn dann so eine Hatten gepackt und hat so den Arm draufgelegt und sagt, ja, also Herr Krüger, sieh auf diesem Surfbrett, das war sensationell. Ich würde jetzt nochmal gerne mehr auf deine Kinder zu sprechen kommen. Du bist in Tansania aufgewachsen, das ist ja sehr besonders. Wie hat dich, hat dich das in irgendeiner Weise besonders geprägt? Kannst du dazu was sagen? Ich war natürlich sehr, sehr klein, aber es prägt einen natürlich dann schon. Also das merkt man erst, wenn man dann älter geworden ist und wieder nach Afrika fliegt und merkt, es ist so eine vertraute Fremde, habe ich es mal in meinem Buch bezeichnet. Und wenn du afrikanischen Boden unter den Füßen spürst, dann denkst du dir eigentlich, okay, das fühlt sich wahnsinnig vertraut an und irgendwie hast du das Gefühl, du kennst dich hier voll aus und bist aber schon, weiß nicht, 15 Jahre nicht mehr hier gewesen. Und das Lustige war, wir hatten dann eine Tansania-Folge im Traumschiff mal gedreht und da hatten sie mich gefragt, ob ich denn nicht irgendwie da mitspielen will. Und dann habe ich gesagt, ja, dann können wir ja gleich auf der Farm drehen. Und er sagte, ja, das ist eine gute Idee. Dann haben wir es tatsächlich auf der Farm da auch gedreht. Die Hatari-Lodge nennt sich die, da kann man jetzt auch Urlaub machen. Also wirklich in den 70s da gehalten, alles so wunderschön da. Und die Betreiber sind Freundin von mir, Malice und Jörg Gabriel. Und er ist so ein Crocodile-Dundee-Typ. Also der redet mit den Tieren und du machst mit denen Walking-Safaris mit dem Maasai und gehst dann irgendwie die Buschmänner besuchen und so. Also nicht diesen Touri-Kram, sondern so richtig, du lernst Afrika kennen. Und da kann man wirklich sehr viel lernen von der Natur und wie man sich da verhält, weil du tauchst so eine Welt ein, die nicht deine ist. Also du musst einfach wissen, wie du dich da bewegst, weil sonst kann es auch ziemlich gefährlich werden. Und das zeigte dir alles. Also das ist wirklich toll. Also auf jeden Fall, wir kamen da an irgendwie und da kam Malice gleich auf mich zu. Mein Koch ist nicht gekommen. Komm her, du musst jetzt bitte für die Leute kochen und so. Und dann stand ich gleich in der Küche und habe dann irgendwie für das ganze Team da irgendwie und die Besuche da gekocht. Hadi, du hast eben gerade dein Buch erwähnt. Du hast zwei Bücher geschrieben, aber könntest du mir ein bisschen mehr zu deinem Buch Wendepunkte erzählen? Ja, also das zweite ist aus dem ersten Buch eigentlich entstanden. Ich wollte ja eigentlich auch keinen, genauso wenig wie ich Schauspieler waren, wollte aber die Bücher schreiben. Nee, das ist auch ein Unfall gewesen eigentlich. Ich hatte einen Blog und da habe ich sonntags eine Kolumne geschrieben und habe so Anekdoten erzählt aus meinem Leben. Und da habe ich eine Geschichte aus Rom erzählt. Deswegen heißt das Buch auch Leiseruf der Schmetterlings. Das ist ein Roman und da habe ich einfach eine Geschichte erzählt von Dreharbeiten in Rom und das fanden die so toll. Und da habe ich einfach gesagt, okay. Die, die Leser? Die Leser, also ich hatte wahnsinnig viele Leser an jedem Sonntag. Und da kam dann ein Verlag in der Schweiz auf mich zu und sagte, Mensch, ob ich da nicht einfach einen Roman schreiben würde? Ja, warum nicht eigentlich? Und so kam es dann und auf dieser Reise des Schreibens habe ich dann Figuren erfunden, die eigentlich alle ein Teil von mir sind. Und die sich aber nicht kennen und die sich in Rom begegnen. So. Und das war wirklich eine Reise für mich. So. Also für mental. So. Und dann kam der GU-Verlag auf mich zu und sagte, das, willst du denn nicht mal so etwas Autobiografisches schreiben? Und dann sage ich, warum nicht eigentlich? Und das war natürlich ganz interessant, weil man einfach, und das war, ich hatte nur 250 Seiten zur Verfügung, was echt blöd war. Hast du vorgegeben? Ja, ja. Das wären sonst 700 gewesen wahrscheinlich. War das nämlich, ich musste so viel rausstreichen. Schade. Ich bin mir sicher, wir hätten alle gerne die 700 Seiten gelesen. Ja, ja, das ist, ja, es ist doch ein sehr bewegtes Leben und mit den Höhen und Tiefen. Und darum ging es, es ging eben darum, eben, wir haben jetzt einfach so viele Themen, die heute noch Tabuthemen sind, die eigentlich, wir sind im 21. Jahrhundert, wir reden über Transgender und keine Ahnung, aber über solche Themen wie Alkoholsucht, Depression und solche, einfach solche Geschichten. Und da redet dann einfach keiner rüber oder man redet nicht gerne rüber. Und dann habe ich gedacht, das werde ich jetzt ändern. Und auch wir sind natürlich betroffen. Also wir sind ja überhaupt nicht safe, sondern wir sind auch Menschen, die einfach irgendwie ihre Höhen und Tiefen haben. Und da habe ich dann auch kein Blatt vom Mund genommen sozusagen und habe einfach geschrieben, wie es halt dann wirklich ist. Finde ich auch super wichtig, weil viele junge Leute sehen auch immer den erfolgreichen Schauspieler mit seinem bewegten Leben und dann vielen interessanten, super spannenden Stationen. Aber eben auch die Tiefen des Lebens machen einen ja aus und wie man da wieder rauskommt, kann ja auch eine unterstützende Hilfe irgendwie für andere sein, die vielleicht sich in so einem Punkt befinden. Das ist in der Tat so, dass auch viele Leute bei der Lesetournee ja auch mir ihre Geschichte erzählt haben. Und wir haben so Diskussionsrunden nach der Lesung und da sind manchmal wirklich 150 Leute, die wirklich einfach alle mitreden, was ungewöhnlich ist, weil meistens trauen sich die Leute nicht. Nee, genau. Aber wenn man sich sozusagen nicht allein fühlt, dann hat man vielleicht auch eher den Mut, offen zu sein. Und auch vielleicht konntest du Ratschläge auch geben oder so kleine Hilfestellungen? Ja, ich kann natürlich nur immer von mir ausgehen, aber natürlich habe ich da Menschen, die mir geschrieben haben oder die auf mich zugekommen sind, habe ich denen natürlich dann schon versucht zu helfen. Für manche hat das vielleicht funktioniert, für manche vielleicht nicht, aber ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Also es gibt einen Weg raus und wir sind auch nie alleine. Man ist nicht alleine. Also das ist eine Sache, das ist immer wichtig, weil gerade nach Corona, wo die Vereinsamung natürlich vielen Menschen wirklich hart getroffen hat, ist es ganz wichtig, dass man ihnen auch sagt, dass sie nicht alleine sind. Absolut. Und ich weiß nicht, ob ich dieses bewegende Zitat nochmal vorlesen kann. Es gab schon mal sieben Flaschen am Tag. Ich musste ja meinen Pegel halten. Das war dann so eine Situation, wo der Tiefpunkt für dich war oder? Nee, es ging doch schlimmer. Nein, es war so, ich bin, ich bin, ich bin, also nach dem Tod meines Sohnes bin ich einfach in so einer Situation gewesen, wo ich das einfach nicht zulassen wollte, dass das passiert ist. Also ich habe einfach gesagt, das darf einfach nicht sein. Und ich habe mich dann auf die einzige Konstante, die ich hatte, festgehalten, das war mein Beruf. Und da habe ich mich so in die Arbeit reingestürzt, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Also ich habe drei Filme gleichzeitig gedreht, war auf Theaterturnier, ich war überall irgendwie wirklich auf fünf Hochzeiten gleichzeitig getanzt und so. Und ich war, und um das zu bewerkstelligen, musste ich irgendwie ruhig bleiben. Und das Einzige, was mir da wirklich geholfen hat, war einfach der Alkohol. Der ist immer da, das ist dein Freund. Der sagt dir immer so, hey, geht's dir nicht gut? Trink ein Glas, komm, mach mal. Und der ist immer der einzig Vertraute, den du hast, ja. Und dann steigert sich der Pegel natürlich einfach. Aber nur, dass du ruhig bleibst, dass du halt einfach konzentriert bist, dass du irgendwie nicht diese innere Unruhe, die dich fast zerreißt, dass du die einfach, dass du die überstehst. Wie hast du es dann daraus geschafft? Ja, ich habe zwei Entzüge gemacht. Das erfordert dir aber auch eine Selbststärke. Ja, vor allem, das durfte ja auch niemand mitkriegen. Also ich bin dann einfach in den Entzug gegangen und hatte aber noch ein Rückfall ein Jahr später. Und ja, und dann gehst du natürlich auch, gehst du natürlich diesen ganzen langen Weg. Und der Entzug ist eine Geschichte, aber das härteste ist eigentlich nach dem Entzug. Also wenn du wieder rauskommst. In die Realität zurück. In die Realität zurückzukommen, weil du musst deine Umgebung ändern, du musst deinen Freundeskreis ändern, du musst irgendwie versuchen, klarzukommen, dass du, du kannst, das kriegst du ja auch überall. Und jeder sagt, ey, komm Hadi, komm doch auf, Glaserl. Ja, ja klar, das ist die Verlockung. Und da wirklich standzuhalten und immer diese Situation in den Griff zu gehen, das hat lange gedauert. Also da habe ich wirklich zwei Jahre gebraucht, um irgendwie so kraftvoll zu sein, dass ich das wirklich überstehen kann. Also das, ich bin jetzt zwölf Jahre weg von allem, aber das, du bist trotzdem einfach irgendwie immer noch gefährdet. Absolut. Also das ist, und das, ich bin ein Genussmensch. Also ich habe, ich liebe Wein und ich liebe gutes Essen und so. Und ich, ja, und es ist natürlich irgendwie, es ist schade, wenn man sich selber zugestehen muss, dass man es einfach irgendwie versaut hat. Weil das wird halt nicht mehr passieren in deinem Leben, dass du irgendwann mal am Meer sitzt, eine Pizza isst, einen Rotwein in der Hand hast oder so. Aber das ist halt so eine, ja, so ein Bild, was einfach zu mir gehört. Ich finde es toll, wie ehrlich du hier alles erzählst und lass uns jetzt einfach nochmal einen harten Cut machen und über deine Vielfältigkeit als Schauspieler reden. Du hast in super vielen Serien und Filmen gespielt. Du hast einen Boxerfilm gemacht, die Paramount-Serie, jetzt Tele-Novela. Ich meine, bei Filmen dreht man so drei bis vier Minuten am Tag, bei der Tele-Novela sind es knappe 50. Dann die Boxer-Serie, in der Tele-Novela die krasse Romantik. Könntest du ein bisschen was dazu erzählen? Was macht dir mehr Spaß? Wo sind die Unterschiede? Ich meine, wir haben uns ja auch in Kanada, wenn du dich erinnerst, 2006 oder vier, Arno Knüll, keine Ahnung. Du musst es gelesen sein, mit Stefan Gubser, glaube ich. Ja, genau, in Kanada für Im Tal der Wilden Rosen. Ja, 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 richtig. Das ist ein ganz anderes Drehen, also ein paar Minuten am Tag im Gegensatz zur Tele-Novela jetzt mit 50. Also ich, wie gesagt, ich komme von der Bühne eigentlich und das ist auch das, wo ich den meisten Spaß habe eigentlich. Und Filme drehen ist natürlich auch eine tolle Sache, aber der Job an sich als Schauspieler hat sich natürlich auch in diesen Zeiten heute einfach schon sehr geändert. Also wenn ich überlege, wie der Job damals bei meinem Vater aussah und wie der heute ist, kann man das eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Aber wir sind Schauspieler und ich spiele einfach gerne. Und für mich war das einfach so, dass ich nach einer relativ langen Pause, wo ich die Bücher geschrieben habe und so, habe ich mir gedacht, es wäre natürlich einfach, also Hitchcock hat immer gesagt, surprise your audience. Mach etwas, mit dem sie nicht rechnen. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, da würde nie jemand drauf kommen. Also das war damals bei Forsthaus Falken auch schon so. Und jetzt nach der Abstinenz vom Krüger über eineinhalb Jahre habe ich gedacht, wäre das vielleicht irgendwie mal interessant, sowas zu machen. Denn wenn du dir überlegst, das sind natürlich irgendwie, ja, das ist der beste Arbeitgeber, den man eigentlich haben kann. Das sind natürlich die Öffentlich-Rechtlichen mit, weiß ich, neun Milliarden Umsatz im Jahr. Also das ist so pretty safe und warum sollten die nicht auch das Recht haben, einfach mal einen Krüger irgendwie am Mittag zu sehen. Und ich spiele einfach gerne. Und ich möchte ein Schauspieler sein, der wirklich irgendwie auch mitreden kann, auch wenn es um eine Telenovela geht. Und ob man das jetzt, für mich ist eine Rolle eine Rolle. Und natürlich ist das Format des Pensum anders und die Bücher anders. Und war das auch eine Herausforderung, so viel Pensum? Ich meine, manchmal kann man schon bis zu zwölf Szenen am Tag haben, zwölf, 14 Szenen. Da kommt schon einiges zusammen. Es ist natürlich schon schwer, da sich künstlerisch so zu entfalten, wie man das gerne möchte, weil der Druck einfach dann sehr, sehr hoch ist. Und natürlich die verschiedenen Geschichtsstränge, die man da so erzählt, natürlich in bestimmte Richtungen gehen, die wir natürlich in anderen Formaten vielleicht nicht bedienen. Aber im Grunde genommen hat meine Figur von Ralf Sobotta einfach so viele Ebenen, die es dann einfach wiederum interessant machen. Das hat dich dann gereizt, dieses Rollenprofil auch. Und irgendwie habe ich gedacht, da kannst du dich einfach mal wieder freispielen, da kannst du einfach mal wieder irgendwie, ja, so. Und das macht mir auch extrem viel Spaß. Und natürlich kommst du manchmal so an Grenzen, weil du dann doch irgendwie nach jetzt fast einem halben Jahr bist du natürlich dann schon ein bisschen müde manchmal. Da muss man sich natürlich dann wieder ein bisschen fit machen. Das ist schon, da kommt man manchmal schon so ein bisschen an die Grenzen, weil das ist ja eine wahnsinnige Organisation, wahnsinnig viele Schauspieler, wahnsinnig viele Leute, die da irgendwie funktionieren müssen irgendwie. Das ist ja ein Uhrwerk, das muss ja wirklich irgendwie wirklich funktionieren. Und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. Aber im Grunde genommen ist es einfach, ein Schauspieler, der nicht spielt, ist kein Schauspieler. Ein Schauspieler muss spielen, egal wie, egal was. Er sollte natürlich nicht jeden Scheiß machen. Aber für mich muss die Rolle einfach immer so eine Entwicklung haben oder mehr Perspektiven haben und mehr Facetten haben. Dann ist sie natürlich spannend und dann spiele ich sie einfach auch gerne. Wie schaffst du neben dem eben erwähnten hohen Pensum, der Telenovela, das du jetzt ja hast, du hast ja auch noch andere Verpflichtungen in Berlin, dein Café, dass du ja auch mit deiner Partnerin betreibst. Mit meiner Frau, ja. Genau. Also wir haben das so… Wie schafft ihr das? Also ich bin ja so ein Tausendsasser. Also ich langweile mich schrecklich schnell und… Bleibt doch noch Zeit neben der Telenovela sich zu langweilen. Ja, ja, weil ich langweile mich jetzt nicht wegen dem Pensum, sondern ich langweile mich einfach dann, weil das einfach nur Schauspielerei ist. Und ich bin jemand, der halt dann auch gerne einfach so Dinge macht, die nichts damit zu tun haben. Ich male gerne, ich fotografiere gerne, ich filme gerne, ich dekoriere gerne und ich, also alles, was mit Innenarchitektur und solche Geschichten zu tun hat, das ist so mein, ja, mein Hobby. Also auch das Café, unser, unser kleines Greenroom zum Beispiel oder auch unser Haus haben wir als Corona-Projekt komplett saniert und renoviert und so. Und das machen wir einfach und das sind so handfeste Dinge, die mich auch wieder erden und da, das macht mir auch einen Riesenspaß. Also ich brauche diese Abwechslung einfach. Hadi, ich bin beeindruckt. Ich kann es nicht in Worte fassen, was du alles in deinem Leben erlebt hast, was du alles auf die Beine gestellt hast, was du geschafft hast und auch parallel noch alles machst. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich glaube, leider müssen wir an dieser Stelle zum Ende kommen. Du musst heute auch noch drehen. Ich drehe heute auch noch ein bisschen, ja. Genau. Ich finde es toll, wie du das alles meisterst. Es war so schön, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben. Nach wie vielen Jahren? Das wollen wir jetzt lieber nicht ausrechnen, oder? Wir sind ja noch jung. It's just a number. Genau, it's just a number. Ja, herzlichen Dank, dass du so offen über alles gesprochen hast und ich hoffe, ihr liebe Zuhörer hattet auch ganz viel Spaß und schaltet bei der nächsten Folge auch wieder mit ein. Danke, Hadi.